hallo und herzlich willkommen zu einem neuen testbericht von mir heute schaue ich mir hier den stativkopf an von welborn den ph 368 und dabei handelt es sich um einen sogenannten fluid pan hat das ist also ein fluid ein video kopf der eben seichte also sanfte schwenks erlaubt ohne ruckeln den schaue ich mir jetzt mal genauer an er kommt hier in diesem karton und die verpackung muss ich sagen die ist recht gut es gibt hier nämlich nur diesen karton da drin befindet sich dann der kopf in einer folie das heißt wir haben ja auch nicht viel müll ich kann einfach rausnehmen und da haben wir eben den kopf hier oben haben wir zuerst einmal die wechselplatte hier ist ein schnellverschluss wenn ich den nach hinten ziehe dann öffnet sich hier der verschluss und die platte die springt von allein raus ihr habt hier so ein so ein knopf hier nicht den drücke dann quasi kommt die platte auch wieder rein also ich lege jetzt mal hier drauf und drücke sie nach unten dann schnappt das ganze auch wieder ein und ich kann das ganze wieder schließen also wie gesagt wenn ihr den hebel raus drückt also hier außen herum dann drückt dieser knopf die platte heraus der springt dann hier hoch ist auf jeden fall ganz nett platte wieder rein ihr habt hier unten den anschluss für stativ und hier oben eben die platte mit dem standardmäßigen gewinde um die kamera zu befestigen an der seite hier habt ihr noch solche drehregler und zwar sind die dafür darum einzustellen wie stark sich der stativ kopf bewegt also wie viel kraft ihr braucht um das ganze so zu bewegen oder eben zu drehen wie das ganze auf dem stativ aussieht zeige ich aber später noch diesen griff hier könnt ihr auch verstellen und zwar gibt es hier eine schraube diese schraube hier raus bewege kann ich den griff drehen wie ich will und kann ihn dann eben hier fixieren ist das ganze wieder fest das war eigentlich auch alles was es hier zu wissen gibt von diesem fluid kopf den schraube ich jetzt mal auf mein stativ und werde auch ein demo schwenk aufnehmen und das zeige ich euch jetzt eben im anschluss hier seht ihr die unterseite des stativ kopfes und dort ist standardmäßig ein adapter von 1 4 zoll auf 3 8 zoll eingeschraubt je nachdem was sie für eine schraube für die befestigung am stativ habt müsst ihr diesen adapter eben herausschrauben oder nicht da ich persönlich an meinem stativ eine 1 4 zoll schraube für die befestigung habe muss ich diesen adapter für die montage entfernen wie ihr seht geht dies recht einfach mit einem großen schraubenzieher jetzt befestige ich den kopf auf dem stativ und ihr seht hier die ein viertel zoll stativ schraube meines alten velbon chepra pro cf 640 stativ der stativ kopf passt nun nachdem ich den adapter herausgeschraubt habe genau auf diese schraube einfach fest schrauben und fertig an der linken seite des kopfes gibt es zwei stellschrauben über diese stellschrauben kann geregelt werden wie viel kraft aufgewendet werden muss um den kopf zu schwenken oder zu neigen die obere schraube ist dabei für die neigung zuständig und die untere für das schwenken je weiter die stellschraube gelöst ist umso weniger kraft wird benötigt wird die schraube voll angezogen so kann der kopf aber auch komplett arretiert werden der kopf erlaubt neigung und rotation ich mache jetzt einfach einmal ein paar testschwenks und ihr seht hier das ganze ist auch sehr leicht eingestellt ich kann den griff nämlich mit einem finger bewegen es kann nur die neigung oder die rotation durchgeführt werden oder auch beides zusammen der griff des kopfes kann um 360 grad rotiert werden dazu muss zuerst einmal die schraube des griffs gelöst werden und der griff kann dann gedreht werden ist die gewünsche position erreicht so wird die schraube angezogen und der griff bleibt in der gewünschten position hier noch ein kleiner trick um die schwenks und drehungen noch weicher zu machen bzw ruckeln absolut zu minimieren nehmt einfach ein gummiband legt es um den griff und nutzt dann das gummiband um den griff zu ziehen das gummiband fängt nämlich zittrige bewegungen ab jetzt gibt es am kopf noch solche runden plastik schrauben ich war neugierig und habe das mal aufgeschraubt wie wir sehen befindet sich dahinter ein metall keil und wir sehen im inneren die mechanik ich muss zugeben dass ich allerdings nicht weiß wozu dieser zugang gut ist vielleicht zum einfetten der mechanik falls es jemand weiß kann das gerne in die kommentare schreiben danke damit ihr seht wie schwenks mit dem kopf auf video wirken habe ich zwei kurze testvideos gemacht beide schwenks habe ich mit dem bereits erwähnten gummi trick und natürlich einem stativ aufgenommen die schwenks sind absichtlich langsam aufgenommen im hintergrund seht ihr den ersten vertikalen schwenk von unten nach oben im anschluss daran seht ihr dann noch einen horizontalen schwenk von rechts nach links und danach kommen wir zu meinem fazit abschließend möchte ich euch noch einige zusatzinfos geben und im anschluss dann gibt es noch mein persönliches fazit der griff ist nach hinten hin offen das ist ein großer vorteil weil ihr den griff so theoretisch verlängern könnt indem ihr einfach eine stange in den griff steckt die schnellwechselplatte ist mit acht zentimetern breite und sechs zentimetern länge recht groß das gewicht des kopfes liegt bei ca 640 gramm und die griffstange ist 26 zentimeter lang die höhe des kopfes beträgt etwa 11 zentimeter ich habe den kopf für 51 euro gekauft und bin mit der verarbeitungsqualität sehr zufrieden der kopf wirkt stabil und wertig die meisten elemente sind zwar aus kunststoff aber das ist inzwischen bei vielen stativköpfen so mein alter drei wege neiger beispielsweise ist auch aus kunststoff und hält schon seit acht jahren alles in allem bin ich sehr zufrieden und der kopf ermöglicht mir saubere und ruckelfreie schwenks für meine zukünftigen videos wie in den demo schwenks gesehen habt funktioniert das auch sehr gut das war mein test bericht des welborn ph 368 fluid ich hoffe er hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten video